Jiri Brasca vs. Alex Pereira ist bald eine Woche her, sie konnten sich am Flughafen aber noch einmal aussprechen und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Alex Pereira hat ein Video auf seinem YouTube-Channel hochgeladen, dort das Ganze auch mit Untertiteln, also obwohl das Ganze eigentlich auf Portugiesisch ist, könnt ihr euch das Ganze trotzdem anschauen. Aktiviert einfach die Untertitel, ist ein cooles Video geworden mit coolen Backstage-Szenen. Ganz, ganz, ganz zum Schluss des Videos, die letzten Sekunden, wurde dann noch ein Clip reingeschnitten, wie Pereira am Flughafen bei der Abreise auf Jiri Brasca getroffen ist und dort haben sie sich einmal kurz ausgesprochen. Sein Coach Plinio Cruz hat das Ganze übersetzt und so sagte Alex Pereira an Jiri Brasca, sag ihm, dass unsere Religion unterschiedlich ist. Ich glaube an Gott, es ist wichtig, das zu sagen, damit die Leute das nicht falsch verstehen oder damit die Leute das nicht böse sehen, lass uns sowas bitte nicht machen. Jiri Brasca hat das Ganze, wie ich sag mal, angenommen. Er sieht zwar immer noch ein bisschen aus, als ob er das immer noch ein bisschen suspekt findet, aber die beiden haben sich umarmt, die Teams haben sich die Hand gegeben. Und Pereira war es überraschend wichtig, dass er einmal klarstellt, auch an Jiri Brasca, dass er mit dunkler und schwarzer Magie nichts am Hut hat. Schau mal. Ich finde es natürlich ein bisschen crazy, dass Pereira das überhaupt klarstellen muss. Ja, das heißt also, dass er sagt auch, ey, er will das aus der Welt schaffen. Er will diese Gerüchte in Anführungszeichen oder Vorwürfe aus der Welt schaffen, wobei das halt auch wieder so crazy ist, weil hier geht es ja um was sehr Esoterisches. Es sind hier nicht Doping-Vorwürfe oder irgendwas Schlimmes, irgendein Cheating-Vorwurf, sondern ihm wurde vorgeworfen, er kann nur gewinnen, weil er schwarze Magie benutzt auf seinem indigenen, brasilianischen Volk. Nichtsdestotrotz ist Jiri Brasca auch wieder zurück in Tschechien und ist direkt wieder zurück in seinem verrückten Training. Brasca hat nämlich auf Instagram gepostet, Leute, ich bin wieder zurück, aber ich kann aufgrund von Jetlag nicht schlafen. Und deshalb hat er sich seine Knöchel erstmal blutig geschlagen an einem Holzbalken. Ich finde es ja auch wieder so verrückt, wenn ihr euch mal die Kommentarspalte von Jiri Brasca anschaut. Und ihr dachtet, bei der EM gibt es 80 Millionen Bundestrainer, aber alter Schwede, Jiri Brasca vs. Alex Pereira gibt es mindestens auch genauso viele MMA-Experten, UFC-Champions, Leute, die UFC-Champion geworden wären, wenn sie sich als Kind nicht mal verletzt hätten. Ihr kennt ja die Geschichten. Und klar gibt es natürlich diesen offensichtlichen Flaw, sag ich mal, in Brasca's Fights und zwar deckt er nicht, aber da gibt es natürlich auch, da gibt es wirklich gute Tipps. Bro, du musst am Speed arbeiten, am Timing. Distanz war komplett falsch bei dir. Was eigentlich mit deiner Takedown-Defense? So wirst du nie UFC-Champion. Oh je. Leute, Alex Pereira und Brasca haben sich vertragen. Was denkt ihr darüber? Schreibt mir eure Meinung unten rein, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat und damit bis zum nächsten Mal.